Das kann man mal gucken. Also ich skille mal so ein rechter Innen-Verteidiger, rechter Außen-Verteidiger, wie man es nimmt, was da geht. Wobei der Coway gestern auch fairerweise gesagt hat, wir sollten nicht damit rechnen, dass er regelmäßig kam. Ja, aber was halt frei ist, ist jeden Mittwoch, wo Stand jetzt Doms Position. Alles andere ist ja ungewiss. Am Frühstens wahrscheinlich um 10 Uhr. Wieso? Vielleicht auch für ein paar Spiele. Wobei der Coway ja meistens auch erst zu spät kommt. Schön. Der Patrick ist auf jeden Fall sehr motivierend heute. Er sagt, wir sollen uns zusammenreißen, würde ich schon mal werden hier mit uns. Ecke kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Der Schiedsrichter hat mich total verwirrt. Ich hänge die ganze Zeit. Was steht da? Du bist mir da jetzt. Guck mal ja wirklich leid. Ich mag ein bestes. Nächstes Mal. Ich bin immer raus, ich bin immer raus, ich bin immer raus. Oh. und da hättest du mal reinrennen können aufgelegt ja habe jetzt die ganze zeit aufgewartet ist jetzt zum beispiel habe ich gedacht ich bekomme den ball habe ich sofort gedrückt dass ich dann nicht weiter passen wer ist hochgesprungen also das meinte ich damit dass man also gibt es die tasse quasi doch mit dem app hast dann über den ball ich bin doch direkt neben die einfach flach ich spiele tatsächlich ja weil das sei ist doch ausgestattet so hat man schon passiert das aber zwei neunziger punkte reinstecken jetzt mag es dahinter das habe ich mir auch gefragt ob das auch sehr wichtig ist zu investieren besser der wert da ist dafür besser das hat auch schon ist wenn wir nicht da das ist günstig das ist günstig dran ist immer richtung tor zu können das ist halt nicht immer die richtige entscheidung er ist ja nicht gut, hier sind ja alle nicht angeschlossen, wir müssen lernen den ball einfach schnell zu dem freien spieler zu passen, anstatt mit dem ball zu versuchen irgendwas zu machen, weil das immer halt so schlecht war, bin ich ja das beste ball spiel noch so einer der dauernden im aushausspiel, das sind die geilsten, schade, immer noch weg ist der ball, klasse aktion langsam ist gefährlich, schönes dribbling der oberkorn, wollte ich sagen, der dom oh, sorry vorne jetzt die ballerobo ich bin ganz angewiesen doch, was glaube ich dem tor wieder gehen musst du mich jetzt mal orientieren, wo sind wir denn hier in welcher Richtung spielen wir denn in dieser halbseite schön grüne manneken, die hier rumlaufen da geht direkt der kopf heraus wir haben die grüne trikots an spielt rüber zur anderen seite da man sehr, sehr du die schwarzen ganz geduldig auf ihre chance vielleicht müssen sie das tempo aber auch noch mal anziehen um hier zu einer Aushausschung schön was schreit denn der tort mich da so an, hast du sie noch alle hast du das jetzt gesehen? ich schläge mir jetzt Gewicht das ist ein Kassi, ey mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade oh, ich schreit aber noch hinten schön ach, schon gespielt ach, schon gespielt ne das hast du gut erkannt, Patrick ja, warte ne sorry Schöne jawohl Jawoll! Oh nee! Ich glaube, den Andy zu pressen ist eine gute Idee. Ja, das ist glaube ich, wie die Aua ist vorbei. Der Patrick sagt, wir würden ziemlich viel hochspielen. Ah, das wollten wir doch gar nicht. Guckt ihr noch beim Dennis auf 22 zu, oder? Und impliziert damit aber, oder hat den Appell dahin verpackt, dass wir mehr flach spielen sollen, ja? Ja, genau. Ja, Patrick, also bewusst ist uns das, wir haben es schon auf angesprochen, aber wir kriegen es halt irgendwie nicht raus. Wir haben auch nicht so spät den Daumen, dass man mal auf die hohe Pässe kommt, ne? Also bei mir ist es, glaube ich, eher das... Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an! Ne, das Problem ist halt, wie immer eigentlich, es gibt ja Situationen, in denen macht ein hoher Ball durchaus Sinn. Mhm. Und wir können halt... Wir sind halt einfach so einfach gestrickt, wir könnten halt nur schwarz und weiß und grau, keine mehr nehmen. Schön, dass wir... Wir könnten entweder nur flach oder nur hoch. Schön, dass wir... Wir sind weg gespielt. Und wenn nicht, wird gemotzt. Und wenn nicht, wird gemotzt. Jawoll. Hat er, hat er, hat er. Gehabt. Aber da siehst du beim Oberkorn am Pass und das, das ist halt schon irgendwie auch an den Werten liegt. Also hast du gesehen, wie der Pass hingeht? Ja, ja. Das sind aber auch... Schön. Oh, die, diese Y-Pässe, die, ich weiß nicht, ich finde, die funktionieren gar nicht, oder noch nicht. Da ist nie genug Schmackes dahinter irgendwie. Auch so ein A-Ball verhungert schon mal, ne? Der läuft halt nicht, ey. Und ganz schlimm ist der B-A. Das sieht überhaupt nichts. Ja. Da wäre richtig ... ... Mein Gott, ey. ich mich so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren nein du läufst da nicht raus nein das ist wie mit meinem wund und der offenen haustür die muss doch mal ansteigen dass nicht raus nein du hast gesehen dass ich anpassen wollte sie können nicht klären ich glaube da haben sie mir geht wo er passen muss nö am springen nö nö ach gleich durch mal ein kleines Zeitfenster nö nö und dohn die grün hänzlich nein er läuft doch einfach an die vorbei das haben wir doch jetzt nicht nur noch anlegen ach scheiße diese winde der kommt doch auch zu dir die bilder was von uns da muss ja aber hin lang gesteckt dann lassen doch flanke gegen spieler sein gegenspieler deckt dann kann er doch die ende von mir weg freund legt mich doch am arsch wir haben sich heute schon die klassenerhaltung aber nur wenn sie einen sieg schaffen momentan haben wir hier weiter damit können sie nicht zufrieden sein ja sie wollen mehr und da jetzt bin ich gespannt auf die schluss jetzt könnte der pass kommen da sind die drei punkte der pass war stark war er jetzt hochgespielt oder also doppel y zählt für mich noch als flach der ds hat so ein bisschen gelung aber da kann der patrick gerade was zu sagen mega stark sagt er weil er wird so weit von gebracht seine meinung übergeschlecht ist frustrierend und das gefällt dir an was sind diese kackte denn früher hätte ich sie immer hochgemacht und drüber gelüft der patrick hält sich mit seinem menschen hast noch ganz gut zurück im moment kurz raus das trifft gut dann gehe ich nämlich mal schnell pp machen bis gleich